Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Heute stelle ich euch das Balea von dm wieder vor. Das ist die Eigenmarke von dm. Das ist der milde Reinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt. Und ich habe die für trockene und sensible Haut, da ich durchaus zu trockener Haut neige. Hier. Gucken wir uns direkt die Rückseite einmal an. Genau, hier steht ganz oben nochmal die dm Markenqualität und Informationen zum Produkt. Auch die Ingredients sind hier mit aufgeführt. Dadurch, dass es ein schönes, günstiges Produkt ist, kann ich das auch empfehlen. Ich benutze das auch gerne. Ab und zu benutze ich dann auch noch Reinigungstücher, je nachdem wie es mir passt. Aber es ist immer schön gesund, die Haut abends vor dem Schlafengehen nochmal zu waschen. Dazu benutze ich eben dieses Produkt. Öffnen wir das einmal. Geöffnet sieht es dann so aus. Man hat hier so eine kleine Nase und einen Fingerbereich. Ich nehme das so mal auf. Und habe direkt den Reinigungsschaum in der Hand. Er fühlt sich wirklich schön weich an, was ich echt liebe. Er ist auch ein bisschen flüssiger. Und wenn man mal mit Wasser drüber spült, sieht man, dass er auch direkt gewaschen wird. Was natürlich sehr gut ist. Genau. Ich mag es gerne. Es reinigt wirklich gut. Die Augenpartien sind gut gereinigt dadurch. Ich kann es echt empfehlen. Probiert es aus. Sagt mir eure Meinung. Viel Spaß damit. Tschüss. Tschüss. Guten Appetit.